Hey Leute, ich bin jetzt hier, in Kloten, im Restaurant, und wir feiern hier unter Umständen. Ein Sitz der Bewegung ist aber noch offen. Wir wissen es nicht, ob es Petra Puri ist in Bern, wir wissen es nicht, ob es Remco Leinbach ist, ob es Urs Hans ist. Komischerweise rechnerisch, reicht es in Zürich eigentlich nicht für einen Sitz. Aber Schweizer Fernsehen spricht davon. Und wenn es Schweizer Fernsehen sagt, dann muss es ja stimmen. Vor allem, weil sie nur mit Mühe und Not das Wort aufrecht überhaupt in die Schnalle bringen. Weil das sind ja die Weichte... Wie sagt man der Gattung? Tier. Weich. Egal, wisst ihr, was ich meine. Und... Bernd kennen sie jetzt auch. Petra Puri vielleicht. Urs Hans Rebco, für den brand niemand. Drei Plätze sind noch unvergeben. Da haben die Leute schon Stunden ausgekarret. Und jetzt bin ich da rein. Und haltet euch tuned. Ich bin auf YouTube dann unterwegs. Ich muss YouTube wählen, weil ich einen Stream vorbereitet habe. Rumble geht nicht. X wird auch gehen, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich würde es nicht versauen. Darum streame ich auf YouTube. Sobald da ein Resultat feststeht. Oder sobald ich einfach weiss, ich muss nicht mehr länger warten. Hier übrigens. City Beach Club. Xenta. Zelt. Unterdacht. Dinnen als Restaurant. Da kennt ich. Nächstes Jahr. Das fabulöse. Strickerfest. Daydance. Stattfinden. Aber es wird erst so im Juni, Juli. Wir müssen also noch Geduld haben. Und es ist nicht die trocken Tücher. Aber wir haben es anbesprochen. So oder so. Ich gehe jetzt wieder rein. Unter die Leute. Ich werde ihn euch schon einen Blick werfen lassen. Aber nachher. Ja. Wenn ich das Video beende. Und halt euch tuned. Für YouTube. Dort bitte das Video teilen. Ich denke, dass es sehr viele Leute interessieren. Aber ich kann es einfach leider nicht auf allen Plattformen verbreiten. Das Video aber schon. Dann nehmen wir jetzt Zeit. Seid zusammen. Und lassen Sie alle ein Portal rufen. Super. Jetzt sehen wir. So wird es direkt. Ganz gut situiert. Okay. Prost. Ich komme gleich. Ich komme gleich saufen. Bis dann.